Willkommen zur achten Inverted Classroom Konferenz 2019 in Marburg. Als sich 2012 eine Handvoll Interessierter um die amerikanischen Experten Aaron Sams und Dan Spencer versammelte, konnte niemand ahnen, wie sich die Idee des umgedrehten Unterrichts bei uns entwickeln würde. Lehrvideos, ausgeklügelte Präsenzphasen oder Mastery Learning waren für die meisten noch unbekannt. Heute, nur sieben Jahre später, haben viele von uns immense Erfahrungen in der digitalen Lehre gesammelt. Es sind Preise gewonnen worden, in den Hochschulen und Ministerien spricht man wie selbstverständlich über den Inverted Classroom und es ist eine Community entstanden, deren Expertise überall gefragt ist. Und die größte Anerkennung ist sicherlich mit der Konzeption der zukünftigen Technischen Universität Nürnberg verbunden, die den Inverted Classroom zum Basiskonzept der Lehre ab dem Jahr 2025 erhoben hat. AD-Vorlesung, endlich! So mögen die meisten ICM-Verfechter wohl denken. Doch es geht weiter. Offene Bildungsmaterialien, Blockchain, künstliche Intelligenz und Assistenzrobotik sind nur einige der Next-Stage-Aspekte, die nun Teil der digitalen Lehre werden und wir werden sie mehr als nur im Auge behalten. Lassen wir also die achte Inverted Classroom-Konferenz zu einem weiteren Meilenstein der digitalen Lehre werden und genießen wir die Erfolge oder wie es in der folgenden musikalischen Begrüßung gleich heißen wird Happy and I'm Smiling. In diesem Sinne, herzlich willkommen! Happy and I'm Smiling. Happy and I'm Smiling! You know I'd learn to love you And above you there's no other We'll go walking out While others help was disaster Oh no, we won't give in Let's go living in the past Musik 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 Musik